Ich schweige nicht. Das, was hier geschieht, ist Unrecht und eine Heuchelei. Ich schweige nicht. Drei einfache Worte, die das betroffene Schweigen bei einer Veranstaltung am Evangelischen Kirchentag in Berlin durchbrachen. Wir gedenken der vielen Flüchtlinge, die auf dem Weg nach Europa ihr Leben ließen. Eine offizielle Schweigeminute für ein sensibles Thema und trotzdem verspürte ein Mann den Drang, genau das Gegenteil zu tun, und zwar zu sprechen. Warum pflüchten die Menschen? Weil es ihnen schlecht geht, wo sie sind. Warum geht es den Menschen in Afrika schlecht? Weil der Weste Afrika ausbeutet. Die arabischen Revolutionen waren gesteuerte Revolutionen. Die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland geht gegen das Grundgesetz. Der Mann, der das Schweigen brach, heißt Nikolai und seine Motivation dahinter ist ganz einfach die Wahrheit. Wieso haben Sie ausgerechnet diese Veranstaltung ausgesucht? Die hieß, was heißt hier Wahrheit auf dem Kirchentag? Was war die Motivation dahinter, ausgerechnet da die Schweigeminute zu brechen? Ja, also diese Veranstaltung wurde vom ZDF so angekündigt und im Kirchentagsprogramm hieß es, sag die Wahrheit. Und da habe ich mich einfach bemüßigt gefühlt, da hinzugehen und die Wahrheit zu sagen. Und das, was uns so mitgeteilt wird, das Bild, was verbreitet wird über Flüchtlinge und über die ganzen Situationen da in Afrika, in den arabischen Staaten, das ist nach meiner Meinung nicht die Wahrheit. Und da das eben ein Rahmen war mit prominenter Besetzung, Thomas de Maizière war da und noch andere aus dem Fernsehen von Frontal 21, habe ich gedacht, das ist ein guter Rahmen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und gerade die Schweigeminute fand ich wunderbar, weil, ja, wer schweigt, der widerspricht nicht. Und wer schweigt, nimmt auch eine Lüge hin. Und in dem Fall fand ich es einfach unerträglich und habe es als Heuchelei empfunden, so zu tun, als würde man, indem man schweigt, irgendwelchen Menschen helfen. Sollte man denn aber nicht trotzdem für Geflüchtete oder die Gestorbenen auf der Flucht schweigen? Ich würde sagen, ein ernst nehmender Situation ist immer angemessen. Und helfen sollte man sowieso. Ob Schweigen das richtige Mittel dafür ist, das wage ich aber arg zu bezweifeln. Ich habe das Gefühl, diese Veranstaltung diente nicht den Flüchtlingen, sondern es diente dem moralischen Empfinden der Kirchentagsbesucher. Sich, ja, ein bisschen als, ja, wie sagt man, Betroffene, moralisch Höherstehende darzustellen. Gutmenschen, dieses Kampfwort wollte ich jetzt nicht benutzen, aber ganz genau, ja. Und so kamen mir die Menschen auch vor, als ich die Gesichter gesehen habe später auf der Aufzeichnung. Ja, das ist so das Gefühl, mit dem man wahrscheinlich da so steht. Ich stand früher auch auf Schweigeminuten so und habe Betroffenheit versucht zu empfinden. Aber das ist nichts, was irgendwem helfen würde. Niemandem, der auf der Flucht ist, vor welchen Umständen auch immer, mag es berechtigt sein oder unberechtigt, jemandem, der auf der Flucht umkommt, hilft sowas auf keinen Fall. Wie haben denn die Leute in ihrer unmittelbaren Umgebung reagiert? Ich glaube, sie standen relativ weit hinten, weil sie auf dem, sie waren nicht zu sehen. Genau. Also wie haben die denn reagiert? Davon habe ich recht wenig mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass, als ich angefangen habe zu rufen, Thomas de Maizière sehr verschreckt aufgeblickt hat und mich angeschaut hat. Dann aber gleich wieder den Kopf gesenkt hat. Das ist auf dem Film auch nicht drauf zu sehen. Und die Menschen direkt um mich haben sich, glaube ich, umgedreht. Aber genau weiß ich es nicht, weil ich ja dann ziemlich bald auch von Sicherheitsleuten geschnappt wurde und die mich dann da rauskomplimentiert haben. Sie waren hinterher sehr freundlich und haben auch verstanden, was ich da getan habe. Natürlich mussten sie ihren Job erfüllen. Also es gab ja auch so Kommentare, jetzt sagt einer die Wahrheit und wird rausgeschmissen und wer weiß, was mit ihm passiert. Also ich möchte dir ganz klar sagen, die Sicherheitsleute waren sehr fair und haben ihre Arbeit gemacht, was sie machen mussten. Und sie haben auch, soweit wir wissen, auch keine Anzeige erhalten? Nein, keine Anzeige erhalten. Eine Frau kam hinterher auch noch raus und hat sich bedankt. Die hat das direkt unterstützt, meine Aktion. Ist dann auch nicht länger drin geblieben. Ich bin mir sicher, dass es auch noch andere Gäste gegeben hat, die vielleicht auch dachten, da sagt einer etwas, was stimmt. Denn es ist ja nicht so, dass ich alleine die Weisheit mit Döffeln gefressen habe und der Rest hat keine Ahnung davon. Solche Dinge sind ja auch bekannt. Aber ja, sehr wenige wagen das dann auszusprechen. Das heißt, eine Frau ist mit Ihnen dann rausgegangen. Richtig. Haben Sie eigentlich erwartet, dass da vielleicht die Reaktionen vielfältiger sein würden? Ja, ich hätte es mir durchaus vorstellen können. Also es gab ja Zwischenrufe, aber die waren dann sowas wie Ruhe und können Sie uns jetzt endlich trauern lassen? Ja, es war nichts wie Hört, Hört oder Bravo oder sowas. Hätte ich mir auch vielleicht gewünscht. Was mich sehr überrascht hat, waren die Reaktionen hinterher dann auf YouTube, in den Kommentaren. Und was ich so dann gehört habe von Freunden, die es gesehen haben, die waren durchweg positiv. Ja, das fand ich schön. Empfinden Sie sich selber eigentlich auch als Held? Das wird auch oft gerne in den Kommentaren so gesagt. Ja, ich habe das gelesen. Ich fand das schon ein bisschen lustig. Ich wurde ja mit Martin Luther verglichen, mit Jesus wurde ich auch verglichen. Als Held wurde ich bezeichnet. Das schmeichelt mir ein wenig, muss ich sagen. Aber es ist nicht der Grund, warum ich das mache. Also wenn ich, wie gesagt, wenn ich gut ankommen wollen würde, dann würde ich nicht die ganzen kontroversen Dinge raushauen. Ich habe das früher auch nicht getan und kam früher auch sehr gut an. Ja, viele vermissen auch den alten, der ich früher mal war, Spaßkanone und habe vieles eben nicht so ernst genommen. Aber wie gesagt, darum geht es mir nicht. Nichtsdestotrotz freue ich mich, aber ich sehe das eher als Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und würde mich freuen, wenn es noch mehr Menschen gäbe, die auch auf YouTube in den Kommentaren als Helden bezeichnet werden. Denn das brauchen wir gerade im Moment. Nikolai ist Grundschullehrer in Berlin und sieht im Ausdruck des betroffenen Schweigens keine Hilfe. Er kämpft für seine Wahrheit und dafür setzt er, wenn nötig, auch seinen Beruf aufs Spiel. Haben Sie auch überhaupt keine Angst vor irgendwelchen Reaktionen, vielleicht sogar, dass Sie Ihren Job verlieren oder so? Ja, sagen wir Angst. Also vor allen Dingen würde es mir sehr leid tun, weil ich meinen Beruf wirklich gerne mache. Ich bin gerne Lehrer. Ich bin an einer Schule mit einem unglaublich hohen Anteil Kinder nicht deutscher Herkunft. So ist der Fachterminus. Auch wenn sie in Deutschland geboren sind und ihre Eltern auch, aber eben mit Migrationshintergrund. Das sind prima Menschen. Es macht mir wirklich Spaß mit ihnen. Und es würde mir leid tun, wenn ich den Job verlieren würde, aufgrund der Aussagen, die ich treffe. Andererseits aber wäre das Eigennutz oder auch der bequeme Weg, einfach zu schweigen und mitzuspielen. Zu gucken, dass ich meinen Posten behalte, ein angenehmes Leben mir mache, eine sichere Rente später haben werde. Aber das ist nicht der Weg, den ich für sinnvoll halte. Können Sie denn auch akzeptieren, dass Ihre Wahrheit, die Sie da jetzt rausposaunt haben, auch nicht für alle gilt? Sie sprechen ja nicht für das Volk, wenn man so möchte. Kann man sowas akzeptieren? Sie haben ja alle gestört. Ja, ich habe alle gestört. Ich denke, Wahrheit ist absolut. Ich denke, es gibt nicht meine Wahrheit und deine Wahrheit. Ich glaube, wenn etwas passiert, dann passiert es. Oder nicht. Und das ist die Wahrheit. Sind Sie denn ein politischer Mensch? Ich kann nicht sagen, dass ich in eine bestimmte politische Richtung tendiere. Ich bin für die Wahrheit. Ich bin dafür, dass es keine Denk- und vor allem keine Sprechverbote gibt. Dass man über alles reden darf, auch wenn es unbequem. Vielleicht erst mal sein mag. Die Leute würden mich natürlich ins rechte Lager einordnen, wenn ich solche Sachen sage, wie, die Flüchtlinge sollen nicht hierher kommen. Und Deutschland oder das deutsche Volk wird überrannt und ausgedünnt. Sowas klingt erst mal rechts oder vielleicht auch rechtsradikal. Aber das ist ein Etikett, was ich mir eigentlich nicht anheften möchte. Also war es, vielleicht noch so zum Abschluss, also was genau würden Sie denn jetzt gerne unseren Zuschauern, den ganzen Leuten, die das gesehen haben, nicht nur unsere Zuschauer, es sind ja auch viele mehr gewesen, was würden Sie Ihnen jetzt in ein paar Worten gerne mit auf den Weg geben? Was ist Ihre Message? Okay, also vor allen Dingen würde ich Ihnen gerne sagen, dass Sie sich nicht fürchten brauchen. Ich glaube, es kann einem nichts passieren. Wenn man für die richtige Sache sich einsetzt, dann kann einem nichts passieren. Und wie man bei mir gesehen hat, das wurde ja auch in den Kommentaren so geschrieben, jetzt werde ich in Merkels Folterkeller gebracht oder hingerichtet direkt und sowas. Ja, natürlich war das überzogen, aber sowas passiert nicht. Wenn man, ich denke, wenn man mit offenem Visier unterwegs ist und gute Absichten hat und vor allen Dingen sich nicht täuschen lässt, durch das, was wir alltäglich präsentiert bekommen in den Medien, in den sozialen Netzwerken, ja, das zählt ja dazu, dann hat man nichts zu verlieren. Und da meine ich, können auch viel, viel mehr Menschen sich trauen, den Mund aufzumachen. Es gibt immer wieder irgendwelche Veranstaltungen, gerade in Berlin gibt es ganz, ganz viele Großveranstaltungen, wo man einfach hingehen kann und mit Leuten sprechen kann oder eben auch mal dazwischen funken oder warum nicht auch mal Plakate aufhängen oder Flugblätter verteilen. Es gibt viele Möglichkeiten und ich denke, man muss sich auch nicht organisieren. Ich bin auch nicht organisiert. Ich habe ein paar Freunde, die in eine ähnliche Richtung denken wie ich und das gibt mir auch viel Kraft, da nicht alleine zu sein, aber mehr, glaube ich, bedarf es eigentlich erstmal nicht. Schweigen oder doch sprechen, diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Trotzdem darf man das Sprichwort, reden ist Silber, Schweigen ist Gold, ab und zu in Frage stellen.